Stochastische Reizströme Stochastische Reizströme gehören zum großen Bereich der Elektrotherapie. Elektrotherapie ist ein ganz großer Bereich der physikalischen Therapie. Stochastische Reizströme können eingesetzt werden zusätzlich zu anderen physiotherapeutischen Behandlungen. Stochastische Reizströme sollen also dazu helfen, dass Schmerzen reduziert werden. Stochastische Reizströme sind also eine Gruppe von Strömen, bei denen die Pause zwischen den einzelnen Impulsen zufällig variiert. So hofft man, dass dort keine Gewöhnungseffekte auftreten können. Stochastische Reizströme haben eine ständig wechselnde Frequenz. Und stochastische Reizströme kann man auch verwenden zur Reizung, Man kann eben Nadelimpulse verwenden, also sehr kurze Impulse. Und man sagt, dass die Nadelimpulsströme gerade bei den stochastischen Reizströmen recht gut verträglich sind. Also nochmal, stochastische Reizströme sind also Behandlung mit durch einen Zufallsgenerator erzeugten Reizströmen. Diese sind typischerweise im Bereich von 5 bis 30 Hertz. Stochastische Reizströme können verwendet werden bei Schmerzzuständen der Wirbelsäule, der Rückenmuskulatur und auch bei Schmerzen in den Gelenken. Stochastische Reizströme